Achso, nee, ich schuhe mich nur einmal. Okay. Okay, was geht's denn? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie, ja. Und was geht's denn? Nee, Sie haben ja bei mir angerufen. Nein. Sind Sie bei der Telekom? Ja. Ja, ich auch. Achso, okay. Okay, nee, also ich habe Sie gar nicht angerufen. Nee, weil bei mir hat jetzt Telekom geklingelt und Sie waren dran. Bei mir auch. Hä, komisch. Bei mir hat's auch geklingelt und dann waren Sie dran. Komisch? Okay, dann legen wir uns doch gemeinsam auf. Was ist denn das? Komisch? Okay, alles klar. Tschau. Und Fraps hat alles aufgenommen. Ey, das ist so geil, Junge. Na okay, also, jetzt, wir haben es jetzt ungefähr tausendmal versucht oder so und jetzt ist es hat es wieder geklappt. Wunderbar. Ich freue jetzt alles klar. Dann sage ich mal... Ciao, Leute. Ja, 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 ja. Lo...